Halloween wird mittlerweile auch in Ungarn groß gefeiert. Die Halloween-Industrie hat auch hier voll zugeschlagen. So konnte man sich am Halloween-Tag sogar bei Dunkelheit im Zoo von Gyr fürchten. In gruseliger Atmosphäre mit viel Fackeln, Kerzen, Kürbissen und übelst aussehenden Kreaturen konnte man nebenbei auch mit Taschenlampe bewaffnet auf Tiersuche gehen. Ob die dieses Spektakel so gut fanden, bleibt jedoch fraglich. Bewundernswert, dass tausende Menschen den Zoobesuch im Dunkeln nachgekommen sind und den Zoo regelrecht gestürmt haben. Für groß und klein war dies wohl ein Spektakel der besonderen Art. Ein nicht alltäglicher Zoobesuch. Jedoch hat der Gyora Zoo auch bei Tageslicht seine Reize und die Tiere werden wohl etwas relaxter aussehen als bei Dunkelheit mit so vielen merkwürdig aussehenden Menschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.